Es ist einfach lässig, wenn Spieler für ihr Land spielen. Es ist natürlich immer schön, wenn so viele Fans da sind und uns unterstützen. Autogramm geben macht Spaß. Die Fans haben uns jetzt eine Zeit nicht mehr gesehen. Und wir freuen uns natürlich, dass so viele da waren. Und das gibt noch mehr extra Energie und einen extra Schub für die letzten drei Spiele. Und wir freuen uns schon riesig drauf. Die Kulisse ist ordentlich und deswegen macht es umso mehr Spaß für uns, da bei den super Bedingungen zu trainieren. Ja, mir taugt es halt. Ich gerne immer gerne zuschauen. Ich kann immer was lernen.